Das stimmt. Hätte ich meine vernünftige Waffe, hätten wir auch einen King gemacht. Dass er mich wieder auf 9 Meter one-hitted mit seiner Coin King ist schon ein bisschen lustig. Ich verstehe nicht, was mit diesem King ist in dem Game. Sonst wird es keiner was schießen. Ich habe 100 MS. Und sonst ist keiner im Internet. Oh, wow. Stillwater. Ja, muss man nachschauen. Mal schauen nach derunde. Ich meine, wie groß soll das denn sein? Was nimmt der Modellett? Müsst ja schon fünfmal fertig sein. Benni, bald piff. Wo ist echt's denn? Und mit 20 gibt's den nächsten Lego-Skin. Achso, passier ich. Zettelchen an der Wand. Hab ich dich getroffen? Wir könnten mal einen Shotbolt spielen, das ist ja das. Dann füllt's bei einem, dann droppst du die Waffe. Da ist ein Graben. Da hast du nur Glück gehabt. Ich hab nicht verstanden, was ich vom Shotbolt gesagt habe. Aber wir sollen halt töten. Hier, du nippst Shotbolt mit. Tötest einen. Tauschen die Waffen. Mach den Shotbolt. Das stimmt. Hat zwei C-Worte jemanden auch gehört, Tina, oder? Einfach kein Bock auf die kleine Armbrust. Wieso hast du denn jetzt auch so ein One-Ping? Ich weiß hier. Das ist close. Jetzt wollen wir mal Hallo sagen. Ja. Alter, 120, irgendwas, was ist das denn? Nach der Runde muss ich mal wirklich checken, was es ist. Was ist irgendwas am Downloaden oder beim Router vorzunehmen? Irgendwas. Arsch. Ja, Router kann ja... Also... Ich hab ja ein Sweet-Test gemacht und alles. Und da ist ja Speed alles wunderbar. Vielleicht schrecken wir halt so. Ja, aber das wird sich dann ja auch... Ich will das Game hier vielleicht. Ich muss doch nicht so ein Port-Off machen oder sowas. Wess ja nicht. Ach so meinst du. Normalerweise läuft das automatisch, aber... Da sind die, ne? Das ist mit dir zeitlich uns vorbeigelaufen. Die war scheinlich. Richtung Alice gegangen. Oh naja, den hat jetzt auch Out of nowhere 80 MS. Strange, strange. Das kann natürlich sein. Ich hab einfach Internet-Leetcher. Leetcher von Party-Members. Internet-Verbindung. Neues Trade. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, gedocht. Nicht ab. Einfach weg. Weg.de. Ich hab ja nicht in der letzten Fight auch mal ein paar Headshots rausgeballert. Wäre auch ein Sieg gehabt gewesen. Das stimmt. Ich hab echt das Gefühl, dass die Deutsche aber noch nicht durch Holz schießen kann. Das Special Armor ist... Ja, müsste eigentlich, aber als der eine da umstand. Ja, da steht bei dem Strang amok, dass Susanne auf die Pinnitrieren oder nicht. Ja, da geht's eigentlich schon raus. Ja, da geht's eigentlich schon raus. Ja. Ja. Ja, ich hab'n'haut. Ja, ich hab'n'haut. Wupp. Oh, die haben den XP, ne? Haben wir schon. Die Kasse haben wir auch schon gelootet. Die XP hat nicht mehr. Hier ist die Toolbox. Wenn eine gehauen werden. Ja. Ach ja, zwei. Hau mich. Jetzt noch einer. Wir müssen einfach mal Feuer wegwerben. Was ist denn da? Ich bin einfach mal hier. Ich bin einfach mal hier. Ich bin einfach mal hier in den Schirps gelaufen. Bei uns ist noch ein Wagen. Ja, was wird der denn von mir? All right. Ah. Oh, es ist Okey. Ah! Oh, weißt du. Oh. Oh. Oh! Was ist das eigentlich mit seinem Scheiß-Stagger? Die haben jetzt 60 HP mitgeballert. Wollen wir da hingehen? Ja. Raben vor dir. Sehr gut. Nee. Gut, Schuss. Wir sind das lauteste Team auf den Server. Server. Ich bin zu denen. Der hat ja noch umschießen können, Bobby. Wir sind ja das lauteste Team. Oh ja. Oh, Tofu. Hätte ich nie tun, würde ich denen das fast schießen. Was ist das? Zwei verloren. Dieser Tofu wird kein leichter sein. Wo sind die denn alle? Happy Metal is all nice, kann ich verstehen. Du magst keine Heavy Metal? Nee, ich höre keine Musik. Wollte schon sagen. Schasse Musik. Du hast voll Glück gehabt. Wat? Schasse Musik. Du hörst nicht gerne Musik? Ja, das ist doch voll ätzend. Alles so krach. Wo sind die denn alle? Hört immer auf, nicht zu boxen. Sonst ist besser, ich werde gleich tot. Ja, das fehlt eigentlich im Spiel noch, Crawler. Sich dann festhalten, ne? Wenn die nicht so schön grappen können. Ja, das jetzt nicht mit festhalten. Aber wir haben auch so irgend so ein Busch rausgekrault kommen. Das ist schon genau vor uns, glaube ich. Ich hätte sie genau sagen können, wenn er nicht irgendwann gerade ins Ohr geschrien hätte. Das ist doch toxisch, wenn die jetzt in AfKa sind. Da ist ein Frascher. Gehst du da? Das war da vorne, oder? Ja. Ich sehe den Raben markiert. Dann mal ran. Der hatte ich schon lange, der hat die V-Präume auch. Und jetzt nach zwei Stunden sind auch oben welche angekommen. Ich muss in den Schulfox, Junge. Ich bin mitten im Wald. Oh, nice. Das ist echt nice. Irgendwas Schalldämpfermäßig. Wahrscheinlich ein Sparks. Dann war das close. Ich glaube, da unten echt ist einer. Oder? Ist das ein Zombie? Ja, das ist ein Krieg. Ganz auch. Das ist ja nichts Dinges. Da oben noch einer drin. Hm. Ich brauche Hilfe. Aber ein. Da hat er nicht klaut. Nee, nee. Dann war es meine Lagpower. In der Hütte oben noch. Zombie, geh weg. Ist der Dorn war einfach nur. Ich hält. Mich ist gehört nichts. Was ist dein Problem, Zombie? Hat irgendwo untergejumped? Ich verarsche nur ein Nitro. 12 Meter. Der hat mir vor mir, Junge. Vor mir, Junge. Ich meinte, der hat ihn gebraucht. Von Norn. Noch ein Team. Du hast den Nitro ausgebrannt. Bist du des Wahnsinns? Wait, hast du den letzten gekillt? Na, neues Team, sag ich dir. Dann hast du mal einen Compound rein, besser. Ja. Nee, ich... Ja, die Wache. Oh, und Special am Oderigen. Du hast ja oft zu husten. Der Boss ist ja gar nicht hier. Oder ist der tot? Glaube ich, er. Ja, ja, dann lass mal schnell rein. Damit du deinen Age-Reader kriegst. Was ist tot? Ich muss nur checken, dass hier keiner drin ist. Ich drücke den Button. Oh, ja, weit weg. Wo ist denn noch einer? Wo ist die Reste geschoben denn? Nein, warum guckst du denn? Oh, Leute, hat dich die Wand erwischt. 130 Meter. Fuck. Ich wette, du hast gespyt durch irgendeine Lücke. Ich kenne dich, die, ne? Wir sind da zu dritt. Oder was für eine Waffe könnte ich, oder? Was für eine Waffe hatte ich gekillt? Der hat so schnell geschossen. Mal sehen, Sniper, dann seht ihr da zu dritt. So schnell, wie der geballert hat. Wenn du reinkommen würdest, Benni, könnte ihn wieder retten. Meinst du? Die sich, wenn du dich da vorstellst. Oder hast du Pöp zum Ranger-Fähren? Ja, ja. Das ist mal B-Wer. One-Tap. Wer bist du dann? Oh, fuck, keine Schnitte. Alles, Rob. Ich will das nicht, der Großmann. Tina, warum stellst du dich noch vor die Lücke? Ich wette, du hast gespyt. Ich wette, du hast gespyt. Ja, warum spyt du denn auch, Tina? Exit ist auch bei denen auf der Seite. So, was ist ihnen die dringend gekillt? Oder nicht? Ich sehe, Kilt, ich wurde getötet. Ja, wie kriegen wir die jetzt da raus? Ja, erstmal warten Sie und dann haben Sie einen Wallhack. Ja, die sind alle da hinten. Die spyten die Leichen komplett ab. Ja, da wissen wir nicht. Hundertprozentig. Die haben gerade alle drei gleichzeit geschossen. Ja, die haben viel zu schnell geschossen. So schnell schießt man muss ich nicht. Da. Hast du mein Abo gesehen? Das kannst du da vergessen immer. Ähm, was hast du für eine Raffe? Schlägt die Pistole. Äh, willst du aufhören und einmal scannen, ob einer Klaus ist? Einer Klaus, 300. Wie Klaus? 30 Meter. Eigentlich schon ein Kompon, der andere auf der Insel, da die dahinter ist. Ach so. Ach, das wird richtig eklig. Mal kurz, ob ich vorne wieder raus kann. Ich kann hinterher ein bisschen wegfangen. Snipen, ja. Ah, nee, alle sind jetzt wieder zurückgelaufen wieder. All drei hinten. Das ist einfach Bassade, Junge. Was hat's hier? Ja, das ist richtig Endzeit, weil ich so eine scheiß Position hast. Ja, wenn das Team mal von oben langsam runterkommen würde. Ich kann antäuschen, ob wir über das wir gehen oder sowas, aber... Das werden die nicht beliefen. Ja, jetzt wäre das Perk für Distanz, jetzt ist es wieder geil. Dann könnte einer retten, einer fängt die ersten Musik in den zweiten. Das geht aber noch mal. Die werden nicht klaus kommen. Wir müssen uns irgendwie hinbekommen... Ja, wir müssen uns irgendwie kommen, einen zu killen. Ach, diese Teele. Das ist ja natürlich eine Musik... Der Sniper ist natürlich extremst kacke. Den kriegst du ja nie weg. Keine Schnitte. Das andere Team wäre so das Beste, was gleich passieren könnte. Weil die wären hundertprozentig auf die draufballern. Oder haben wir halt so viel Chaos, dass wir vielleicht von Retz gehen können. Ja, wir warten einfach, bis sie keine Lust mehr haben. Das heißt, du kannst auch nicht viel dadurch irgendwelche Lücken schauen, weil die jetzt sofort sehen, sobald sich da irgendeine Farbe ändert, wenn wir nach Snow draufgehen. Oh, du kannst die Leichen looten, ne? Für Sicht wieder, ne? Wo sind denn alle, wenn die hochliegen, ist es vorbei? Die liegen alle Richtung SE. Also zwei. Hinter... direkt hinterm Gebäude. Der eine müsste, glaube ich, auch... beim Wasser, den würde ich nicht looten. Direkt links von dir müsste jetzt einer liegen, der mit... den Nitro hatte. Weil die Tina wieder gepiekt hat. Da habe ich ihn gerade mitgeteilt. Was auch mit dem Wasser, ne? Was ist denn in dem Wasser nicht? Ja, den einen oben habe ich. Die anderen sind dann versteckt. Ja, einen haben die auch, glaube ich, auch gekillt. Und der andere ist, glaube ich, rückwärts ins Wasser gefallen von der Brücke, die ich geheutert habe. Das sehe ich nicht. Der klingt da wahrscheinlich richtig tief heutig im Wasser. Ja, auf jeden Fall, den kann es klingen. Ich sehe ihn aber nicht. Mach ich das gleiche jetzt, Digga. Ne, ich höre nicht so eine Mini-Lücke. Nicht so wie Tina durch ein offenes Fenster. Ich hätte echt noch ein Auto durchfahren können, bei der Lücke. Was ist das? Was ist denn? Du kannst komplett knicken. Wir müssen auf zweites Team warten, oder hast du die Lust verlieren. Und ist das ein Blinker, den du da hast, oder was? Klinkt da so laut? Nicht deiner mit dem Zimmer ab? Das ist einfach Mut in der hinten Busch drinnen, ne? Das ist richtig kacke. Ja, wir können halt den Sprinter machen, da ist Tina halt, verbrennen wir Tina einfach, nur weil wir das können. Ja, Tina, Tina, Tina. Die sagst ja auch, die haben einen Exit auch da. Ja, wir werden auf jeden Fall sehen wir uns nicht mehr. Ich frag mich immer, ob das scheiß dritte Team ist, was oben geballert hat, oder war denn immer noch, dass jemand hochkommt? Ich war jetzt eiskalt scheinbar drauf, dass jemand da hochkommt hat. Sind wir wahrscheinlich auch eingesnackt? Ja, ja. Hab irgendeine Serie angemacht. Tina sagte, wir picken auf und laufen, dass sie ja hinterherkommen. Es geht erstmal, wo wir sind jetzt. Alle drei Richtung Nordwesten. Ich hoffe, ich werde die vom Bus überfahren. Ja, warte, lass ich mich erstmal mit raus scrimmen. Dann lass uns die erstmal weg chasen. Ich hebe auf, Tina. Ist es klappt? Easy. Komm mal hin. Ich hatte die Zeit geschlagen. Halt dich hoch auf jeden Fall, Tina, und dann gehen wir raus. Lass hier vorne raus, da kann man direkt um die Ecke von der Taske bei heute. Das ist gerne auch einmal zum Tracken. Das sind alle drei noch hinten. Bist du voll? Okay, das ist der letzte. Die Bastarde. Wie ich wette, die hat gerade nur kurz in Sekunde die Hand vor der Maus weggetan oder woanders hingeguckt. Erstmal Tränen aus den Augen rüchst, was vom Einschlafen war. Vorher ist es ein Vögel. Ja. Das ist ein Vögeliger. Ja, weil die haben halt super long distance. Ich würde mich nicht wundern, wenn die auch noch einen Vaninenspitze dabei haben. Sehr gestrick. Da müssen wir ein bisschen super weit latschen. Der hat schon wieder keine Stung mehr. Über zwei Sekunden noch. Es gibt vielleicht noch ein anderes Team da. Ja, ich hatte einer zwei. Es wäre einfach nice, wenn hier ein rotes Fass wäre und wir stellen da so einen Bombay hin. Und mal zigzaglaufen. Wir fahren uns einmal den Wagen nämlich mit. Ich scanne einmal. Das ist keiner Klaus. Noch eine Sekunde. Ich habe zweimal drin gescannt. Oder dreimal glaube ich. Zu sicher gehen, dass ich schätzen kann. Und jetzt noch einmal. Hier kommt der Raum. Richtung Sonnwalt Church rein oder? Können wir? Dann lassen ich euch rein. Ich bin auch gefeiert, mein Alter. Bitte nicht, Digga. Ja, die sind noch weit weg, die anderen im Wald. Komm, dann aber. Entschuldigung, der Handball ist einfach ein Krüppel, Mann. Aber übertrieben. Immer hier drüber. Willst du die Seiten flankieren, Tina? Das könnte echt gut rausgehen. Ja, die sind Richtung 315. Im Wald wahrscheinlich. Fuck. So, was ich weiterspenden würde? Ja, die laufen auf jeden Fall. Lass sie hier in dem Bereich bleiben, oder? Ja, ja, aber ich muss irgendwie weiterspenden. Keine Sicht mehr. Hast du noch Sicht? Ja. Selbst bei uns? 25. Siehst du die, Tina? Wie viele sind das? Ja. Das ist aber, dass die schön close sind. Einer am 9. Eine Sekunde. Lass, lass, einer 240, einer 345. 240 ist alleine. Super close. Dann lass uns den waschen. Jetzt kommt die Kälte. Wie weit ist der auf dem Feld? Ja, ich sehe ihn am Baum. Hab ihn einmal getrunken. Als ob der ins den trifft. Er ist super low. Kriegst du da irgendeinen Schuss rein, Tina? Gut, kannst du dich im Rücken schießen. Gut Job. Ist aber, glaube ich, nicht tot. Nein. Nice, nice, nice. Gut Job. Ich habe keine Sekunde mehr, aber ich renne den umzündeten Bastard an. Fuck. Müsst du schon im Haus sein, oder dass ich da vorne rauskommen. Kuchen, so ein Rentsch. Oh, ich sehe ihn. Einer bei 0. Direkt da hinten im Busch. Versuche nicht, ich kenne den 290 da. Da hinten. Oh, der andere ist auch da. 315. Sehr gut. Alle beiden hängen da. Sehr gut, dann gehe ich von innen. Beide in der Ecke, beide in der Ecke. Beide. Beides scheiße daneben. Dann müssen. Fuck, die haben den ausbekommen. Ja. Pfeffer. Der ist low. Einer. Ja, lass sie mal waschen. Eins in dem Turm. Endes in dem Turm. Hm. Ich treffe nix. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Zwei. Ein AP. Weiter. Ich weiß nicht, ob es straight war. Zwei. Ein AP. Ich sehe nichts, Digga gerade. Kann sein, dass ich getroffen habe. Ich sehe nichts, Digga gerade. Weißt du, du bist am Shaken. Der war Stina, der war Stina. Mach jetzt auf, wenn du hustest, du Nummer 4, Digga. Zehn, der lässt einen Baum immer noch. Einer. Ist der letzte, glaube ich. Müsste der letzte sein. Sehr gut. Der lebt noch, Tina. Ein AP. Du hast Richtung 285, Tina. Weiter links, weiter links, weiter links. Weiter. Sehr gut. Der ist low, Bernie. Bist du auf dem Schatz ein? Da haben wir was geflogen. Good job. Ich bin egal gewesen, aber ja. Ich hab mir nichts getroffen mit der Nito. Egal, ich. Hör doch einmal, aber da war nicht gekillt. Du musst Klaus, du musst dich. Hey, die Trash-Tag, du. Bye, guys. Die sind so weit weg, scheiße. Das war nicht so weit weg. Max mal ein Label. Okay, ich hab mir Instant-Headshot und ich treffe ihn nix. Mit C-Block. Ja, der hat halt nicht die 100-Pro-Combo gemacht. Das war eine Scope-Stufe zu niedrig. Wollen wir noch zweiten Boss holen für Full-HP? Nee, oder? Nee, der ist doch gut. Ich hab, äh, so die Sparks-Sniper von dem Cloud. Ich würde mal gerne gucken, was der für eine Pistol hatte. Weil ich hab nur... ...Schwerstänger. Ich mein, einer... Nee, der hat mir Deutsch gehabt, glaub ich. Der hier ist ein Uppercut. Kann ich nicht Nein sagen. Dann nehm ich die und dropp die Nito. Ja, das zum Exit, ne? Das ist ein Rittchen-Camp wahrscheinlich immer noch da oben. Das sind einfach nur absolute Clowns. Ja, aber die sind am Boss gestorben. Genau. Unbelievable. Keine Post. Was für Untermensch muss man sein. Ehe gut, ich hab am Ende keinen getroffen. Ehe, die hätten halt wirklich knallhart einfach da abgesclven, ne? War einfach das Warten zu langweilig. Die haben sich dann bewegt. Die Kontrolle verloren. Konzentration. Ich hab zwar ein paar Mal drauf geschossen, aber auf der Distanz hab ich einfach Zero getroffen. Ja, der eine hat ihn aber 170 Meter gekillt. Ich hab gleich mal mit. Muss ich nen Sniper, ne? Ja, ja. Das, das geht sich davon nice aus, muss ich überhaupt sagen, ne? Welche Art ist er denn? Hagel-Hagel-Hagel-Schauer. Das ist mir mal zeigen. Ich hab nicht viel Leben, ne? Was findet denn geil? Achso, der. Ja, den find ich auch geil. Das war der von, ähm, von dem Event. Von dem Weihnachtsevent. Und den wollt ich eigentlich echt gern haben. Stimmt, Hagel-Schauer. Können wir noch selber drauf kommen. Ja. Wollen wir da oben? Wenn man da reingehen könnte. Bitte was? Ich hab ja den einen Typen da oben, den liegen. Da noch. Was richtig heftig ist, hier hinter, die Stacheldraht zu machen. Ja. Da stirbst du fast nur. Guck dir doch mal 24-Dollar. Schnell richtig nach, ein Perk. Ich will jetzt die Kackdase beschwimmen, bitte. Achso. Ja. Ich wollte nur, dass du es nimmst, nicht der Träume. Meiner müsste hier im Wasser liegen, irgendwo. Hier liegt er auch. Siehst du den nicht? Der liegt doch hier offensichtlich. Ich wollte ja dann seine Waffen lassen oben drauf. Ja. Also hier ist das Visier, das geht da oben. Oh, der legendäre Abrock hat uns das Bugs. Natürlich wieder nicht neben. Tja. Ende, gut, alles gut. Alles gut. Weißt du, was mich gewundert hat? Was hat er dich gewundert? Das am Ende? Oh ja, doch wo? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Richtig? Ne. Es gab schon lange nicht mehr. Achso. Ich glaube, ich versuche einmal einen Router neu zu starten oder irgendwas. Also es wird auf jeden Fall besser funktionieren als Rechner neu aufzusetzen. Meinst du? Ja. War erfolgreich? Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ergibt keinen Sinn. Du kannst es dir einfach nicht vorstellen. PC ist ja geben keinen Sinn. Da wäre keiner auf eine Lösung gekommen. Ich würde mir jemanden sich einig, wenn man sich von zweieinhalbtausend oder sonst für einen Röchner ausgeben hat, der nicht die Schlimmste in der Stadt.